Ich bin Lena Marie Zeitzel. Ich bin hier in Ulm aufgewachsen, geboren und aufgewachsen, hier zur Schule gegangen. Ich habe dann in Augsburg Wirtschaftsingenieurwesen studiert, Bachelor und Master. Zum Glück habe ich irgendwie meinen Weg wieder zurück zum Singen, zum Gesang gefunden und studiere jetzt seit drei Jahren an der Hochschule für Musik in Nürnberg bei Susanne Kelling klassischen Gesang. Genau, ich bin Mezzosupranistin, das sollte ich vielleicht auch noch erwähnen im klassischen Gesang, welches Stimmfach ich singe. Was hast du mit dem Preisgeld vor? Mein Plan war, dass ich das Geld erstmal zur Seite lege und dann mir Meisterkurse aussuche. Ja, ich habe ja das Preisgeld mit meinem Gesang quasi gewonnen und dann will ich es auch dafür einsetzen. Was sagt die Zukunft? Hobby- oder Profimusikerin? Wenn ich das nicht wirklich beruflich machen wollen würde, dann hätte ich auch gar nicht dieses Gesangsstudium angefangen. Ich hatte mal so eine Phase, wo ich irgendwie nicht so viel Musik in meinem Leben hatte und dann habe ich halt irgendwie richtig gemerkt, wenn ich dann mal Musik gemacht habe und am Klavier gesessen bin oder gesungen habe, wie sehr mir das eigentlich fehlt. Und von dem her ist Musik eigentlich irgendwie so wirklich ein Teil von mir, der mich halt unglaublich glücklich macht, wenn ich dem irgendwie Aufmerksamkeit schenke. Ohne Musik würde es einfach, glaube ich, nicht gehen bei mir. Wie würdest du Fremden deinen Gesang beschreiben? Das bin einfach wirklich ich, wenn ich singe und das auch sehr viel, wenn ich singe, von mir irgendwie beim Publikum ankommt. Und meine Stimme ist wirklich, hat sich richtig gut entwickelt. Da bin ich auch sehr froh und sehr dankbar, dass ich da so eine gute Lehrerin habe. Und meine Stimme bekommt mittlerweile also immer mehr so dieses Runde, Warme, diesen Klang, den man halt bei einer Mezzosopranistin irgendwie ganz gerne hört und ganz gerne hat. Und ich glaube, meine Stimme ist auch sehr angenehm, ihr zuzuhören. Also gerade für Leute, die vielleicht nicht so irgendwie das geübte Ohr haben, was klassischen Gesang angeht, dass ich glaube, wenn sie meine Stimme hören, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber ich glaube, es ist tatsächlich so, dass sie sehr angenehm ist und ja, man ganz gerne zuhört, ohne dass es anstrengend wird. Wo siehst du dich in zehn Jahren? Einfach auf der Bühne zu stehen. Ich glaube, es muss nicht mal ein Theater sein. Ich will einfach wirklich in zehn Jahren meine Freude am Singen und an der Musik nicht verloren haben. Ich möchte einfach vom Singen leben können in zehn Jahren. Und vielleicht, wenn ich ganz viel Glück habe, ist es ein sehr großes Opernhaus in Deutschland oder auch nicht in Deutschland, vielleicht auch in einem anderen Land, könnte ich mir auch gut vorstellen, zum Beispiel in Italien. Aber ich bin da sehr offen, was meinen Weg angeht, weil man, finde ich, nie weiß, was kommt, was passiert. Und wenn sich die eine Tür schließt, öffnet sich vielleicht eine andere. Und ja, solange ich singen kann, ist alles gut. Ja, ich hoffe, es kommen jetzt wieder Konzerte, dass die Kultur wieder auflebt und ja, dass man auch wieder mehr singen kann, dass ich mehr singen kann und vor Publikum stehen darf. Und ja, ich hoffe, es geht um, dass ich nicht mehr singen kann,